ich habe jetzt gerade voll hunger auf ich habe voll hunger auf nudeln ich wusste gar nicht dass stans mom in einem schönheitssalon also so was hier kaufen verkaufen schönheitsfleck können wir wir wollen verkaufen verbrauchsgüter nähe waffen nähe ausrüstung einheiten zurückkaufen warum haben wir das hier verkauft waffen haben wir hier verkauft ach so man kann praktisch von jedem alles wieder kaufen gasmaske habe ich verkauft du als NMP wenn du geheilt hast retro glam Gut, da kommen wir auch nicht hin. So, dann haben wir hier ein... Nicht. Können wir ihn abschießen? Man working. Oh, guck mal, da oben ist doch die nächste Ratte, ähm, weil man Ratten sieht. Dieses Teil ist doch da. So, dann gucken wir mal runter, was es hier noch so gibt. Mhm. Und überall TV-Auszeichnung. Und ein Klumpen scheiße. So. Aua. Ach, durchrennen, okay. Hör mal, hör mal, hör mal, hör mal. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon sein, sein. Wisst ihr, wer das ist? Wer dort lebt? Wisst ihr es nicht? Wisst ihr es nicht? Oh. Oh. Wow. Gosh, thanks for coming to visit. But here, every day is Christmas. So when I say howdy ho, you gotta say, howdy ho, Mr. Heinky. Give it a try. Howdy ho. I guess they let anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker three hours ago. This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait. Why the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No, they were being watched by the babysitter. The babysitter quit four months ago when you threw up on her. Don't you fucking yell at me. Don't you excuse us a minute. Don't you ever make me find a stranger like that. You don't. You don't got them. And you don't know where you can't go. Fuck you. They all can't kill 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 you. Howdy ho. Ha, listen, I gotta get my wife some help. Could you go look for our children? I sure would make it worth your while. Ah, there are Simon, Amber and Cornwallis. Tell them their father wants them home right away. My baby! Bring me that baby! You're a fucking Kudrock! Ah, schön. Mein absoluter Lieblingscharakter in ganz South Park. Ah, sorry. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, beziehungsweise ich glaube, ich kippe hier gleich mit dem Stuhl um. Ah, beziehungsweise... Ich muss mal gucken, wie ich mich gerade mal hier hinsetze. Er fand Jesus in der Kirche. Wir haben Jesus schon als totalen Dude. Ich bin mal hier City Hall. Waren wir hier schon? Und wenn die Kinder und Vagranten, die die Stadt verlassen, werden sie die Stadt verlassen. Und es wird die South Park als eine kompassionale Gemeinde. Du musst jeden von diesen Basterden holen, okay? Chopp, chopp! Aha. Aber haben wir das... Was geht denn da ab? Boah, Alter, draußen ist ja die Hölle los. Äh, haben wir das nicht schon... ...gemacht eigentlich? In South Park und verprügel die Bewohner. Haben wir nicht schon alle eigentlich... ...verprügelt? Wo ist denn jetzt eigentlich, äh... ...wo wir hinwollten? Wo wollten wir denn hin? Finde neue Verbündete, rekrutiere die Goth Kids. Hier könnte... ...was sein... ...verlegte... Ach, die verlegte Kinder, genau. Und hier... ...Schweinebeermann. Bringe eine Schweinebeersonde an einem elektrischen... Ah, okay. Das können wir dann gleich... ...machen. Und hier vorne sollte ja auch gleich so ein... Genau. Und dann fangen wir zu... ...nein Kenny. Und wenn wir Glück haben, dann liegt hier hinten noch der Obdachlose. Benutze... ...ah... ...ah... Ach, da oben ist... ...der Elektrokasten, wenn wir da... ...hingucken. Da oben, ganz am... ...äußersten Bildschirmrand, hat man was gesehen. So, komm. Hier. Da. Sehr nice. Mission erfüllt. Jetzt habe ich nicht, äh... ...lesen können, was jetzt, äh... ...auf uns zukommt. Kehre zu El Gore zurück. Mal schauen, was er uns gibt. El Gore. Oh, wo müssen wir da hin? Neue Nachricht von Mr. Marsch. Erstmal, hey, wenn 20 Leute bei diesem Post... ...Post auf Gefällt mir klicken, kann ich ein iPad gewinnen. Kann ich das auch liken? Nee. Hey, ich habe versucht, dir einen Link zu einem Video von einem Häschen, das mit einer Katze spiel zu schicken, aber es funktioniert nicht. Das ist echt niedlich. Du solltest das später suchen. Was heißt es jetzt? Äh, Quests. Schweinebärmann. Karte anschauen. Jut, da oben. Und dann muss ich ja... ...nur links lang... ...laufen. Langlaufen. Linglanglang. Und hier müsste er irgendwo sein. Oh, da hinten ist er. Good job, Junior Al Goreean. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it. These are definitely hot man-bear-pig readings. Come with me. I must put this data in the data man-bear-pig base. Oh, ich muss ihm jetzt... ...er... ...elgors... ...lager... Ach, hier drüben. Der hat ja auch ein... ...äuch so ein Dingens... ...so ein Stand hier. El Goreean, wo ist El Goreean? Ah... Ah... This is very interesting. The sensors have picked up man-bear-pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defilibrator. ... Kaufen? Warum können wir denn kaufen? Ausrüstung. Durak. Ah, der verkauft ja echt nur scheiße. Evo-Perücke, wer braucht denn so'n scheiß? Kommen wir hier hinten lang? Ach, hier sind wir. So, wenn wir hier hinten... Ne, da kommen wir nicht mal lang. Verkull die Mucke hier. Gucken wir auch nicht lang. Na gut, die Schweine, äh, die... Schweine, genau. Schweine über Mann. Äh, die Kühe werden wahrscheinlich gegen sowas immun sein einfach. So, gegen unsere Gase. Unsere... Billigen... Softporn-Gase. Das, äh, der Timmy-Express. Und... Stopp. Verlegte Kinder. Da sind wir und... Ach so, das ist ja nur, äh, wo wir dann zurück müssen. Also können wir eigentlich die Quests dann Schweine werben an... Katern schon... Der Timmy-Express. Verlegte Kinder. Oh, verdammt, was mach' ich denn? Sorry. So, wo ist das Kind? Wo ist das GUR? Mann, 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 ey. Also hier haben wir Schweinebeermann. Erreich ja einen Idealpunkt. Ach, das ist auch unten in der Kanalisation. Aber das hat ja auch noch gar keinen... Wir gehen jetzt erst mal zur Schule. Los, Timmy. Schneller. Komm. Zack. Auf, auf und davon. Erstmal was trinken. Äh, die Gaskets waren doch hier hinten, so.